Hallo und ganz herzlich willkommen zu unseren Wetteraussichten für ganz Niederbayern, natürlich hier bei Niederbayern TV. Widmen wir uns zunächst den anstehenden Abendstunden und der kommenden Nacht auf den Samstag. Auch hier halten sich Wolken über der Region, machen aber durchaus Platz für einen Blick auf Mond und Sterne. Die Temperaturen, die liegen dabei zwischen einem Grad über und unter Null. Der Samstag selbst wird dann sonnig in Niederbayern, überall stattet sie uns einen Besuch ab und lässt sich auch von den wenigen harmlosen Wolken, die wir in Passau zu erwarten haben, nicht abbimmeln. Das Wochenende startet am Frühlingshaften mit 13 bis sogar maximal 16 Grad. Nun werfen wir noch einen kurzen Ausblick auf die darauffolgenden drei Tage, angefangen mit dem Sonntag. Hier erwartet uns, Sie sehen es selbst, ein Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von maximal 17 Grad. In der Nacht, da liegen die Werte dann bei einem Grad. Der Montag schließt sich dem tendenziell sonnigen Trend an, wenn sich auch die Wolken noch am Himmel halten. Denn dazu gibt es dann 40 Grad in der Spitze. Die Tiefwerte liegen dann bei etwa 2 Grad. Und abschließend schauen wir uns dann noch den Dienstag an, der uns dann einen kleinen Dämpfer verpasst. Zwar bleibt auch hier die Sonne und auch die Wolken halten sich allerdings nicht ohne zeitweise Schauer. Dazu sind dann noch 10 Grad zu erwarten. Die Tiefwerte, die liegen bei etwas milderen 3 Grad. Und das wiederum war es dann auch schon wieder von meiner Seite mit den Wetteraussichten und einem Ausblick auf die kommende Woche. Genießen Sie die freien Tage bis zum nächsten Mal und Servus!